Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen an diesem Montag, dem 13. Februar 2023. Du hörst die Geek Talk Daily 1314. Heute habe ich die folgenden Themen für dich. Apple Pay Later, Spotify, Trump, HomePod, Oppo, Acer, Opera und JetGPT. Genau genommen zweimal JetGPT, aber wir beginnen gleich ganz am Anfang. Es ist jetzt also soweit, dieses Apple Pay Later, die Möglichkeit, um eine Rechnung in vier Teilstücken zu bezahlen. In Amerika bekommt man ja vielfach Löhne im Wochenrhythmus und nicht monatlich. Das startet nun, das heisst, die Mitarbeiter von Apple dürfen das aktuell testen und somit ist es immer so ein Zeichen, dass es dann nächstens losgehen könnte. Na dann, mal schauen, ob das überhaupt zu uns kommt, weil bei uns das ja ein bisschen anders ist und oder vielleicht hoffentlich nicht ganz so gewünscht, denn kaufen auf Pump ist nie die Lösung, wie ich finde. Aber es gibt Ausnahmen, was das anbelangt. Dann gibt es Neuigkeiten zu Spotify und ihr kennt das sicherlich. Wenn ihr euch Mixer erstellen lasst und oder etwas sucht und Spotify-Kunde seid, dann habt ihr da immer wieder mal zwischendurch Hörbücher oder auch, was gibt es da noch, Kinderlieder und Einschlaf-Playlisten, die euch dazwischen drücken. Das kann man jetzt verhindern, sofern die bei euch in der wöchentlichen Liste etc. sind, könnt ihr die eben von genau diesen ausgliedern. Das macht Sinn, vor allem dann, wenn ihr mal euren Account oder einen Familienaccount habt und trotzdem mal auf eurem Profil dann ein Kinderlied abspielt, das ihr nicht unbedingt auch in anderen Listen und oder Suchübersichten mit drin haben möchtet. Dann gibt es Neuigkeiten, nicht ganz so schöne, von Präsident, mein Gott, Ex-Präsident Trump. Der durfte ja schon seit, oder darf seit Ende letzten Jahres wieder auf Twitter. Ilmas hat ihn ja freigeschaltet damals. Auch Facebook meinte, man wolle nachziehen. Zwei Jahre Strafe sei genug. Und jetzt dürfe er wieder, sofern der junge Herr sich auch an die Regeln hält. Genau. Mal schauen, wie lang er da drauf ist. Bis jetzt hat er noch nicht davon profitiert, oder besser gesagt davon das Ganze eingesetzt oder genutzt wirklich, nur mit kurzen, kleinen Statements. Aber das soll sich anscheinend ändern, denn es geht ja auf weitere Präsidentschaftswahlen im Jahre 2024 zu. Und da will ja der liebe Herr wieder mitmischen. Mir schwand da Böses. Und dadurch, dass er hier jetzt wieder auf eine grosse Plattform treffen kann und oder könnte, habe ich gar nicht so gute Gefühle. Aber ja, man kann es anscheinend nicht verhindern, leider. Und übrigens, wer sich NFTs von diesem Herrn Trump gekauft hat, der hat ja vor kurzem so Comic-NFTs rausgebracht. Die haben tausendprozentig Gewinn gemacht. Also schön für diejenigen, die investiert haben. Aber es ist so ein bisschen wie in Öl. Da investiert man auch nicht rein. Und somit eigentlich auch da nicht eigentlich. Aber eben. iFixit hat den HomePod 2, den neuen, dem 2023er-Modell, auseinandergenommen und herausgefunden, dass gar nicht so viel verklebt ist, sondern mehr geschraubt ist. Wie das ausschaut, ein Video dazu, haben wir euch verlinkt in den Shownotes auf daily.geektalk.ch und oder im Podcatcher deines Vertrauens. Weiter geht's mit deinem Mittwoch-Event. Mitte Woche, genau gesagt, am Mittwoch um 15.30 Uhr. Ich werde Oppo sein Find N2-Flip vorstellen. Das ist das kleinere Club-Smartphone. Das, was man auch von Samsung her kennt. Und gegen genau den oder die möchte hier Oppo auch antreten. Ich bin sehr gespannt. Ich habe es irgendwo, glaube ich, noch nie gesehen. Und oder doch. Nee, gesehen habe ich es noch nicht in live. Aber es schaut schick aus. Und ich habe gehört, es soll schick sein. Hat Oppo erzählt. Ja, tolles Gerät. Tolle Technik, wie immer bei diesen Club-Geräten. Die Technik ist das, was mich am meisten daran fasziniert. Weniger fasziniert bin ich von den neuen Chromebooks, die Acer vorgestellt hat. Ich weiss, das sind speziell stabile und robuste Geräte. Deshalb müssen sie auch so sein, wie sie ausschauen. Aber die schauen einfach irgendwie pummelig und eben auch dicker aus. Aber man muss hier sehen, was es ist. Es ist für den Bildungssektor, unter anderem auch für den Arbeitsbereich, ein robustes Chromebook. Und deshalb muss das halt auch ein bisschen robuster sein. Von dem her passt das alles wieder. Ich bin einfach nicht der Kunde dafür. Aber es gibt da draussen sicher den ein oder die andere, der das oder die das nutzen möchte. Nutzen möchten tun auch immer mehr Leute ChatGPT. Und deshalb baut OPPO das in seinen Browser ein. OPPO baut ja sowieso alles, was nicht bei drei auf den Bäumen ist, in ihren Browser ein. Ich meine das nicht böse. Ich nutze den Browser sehr, sehr gerne. Gerade hier auch offen für die Shownotes. Vor allem die Integration von Messengern und so weiter in die Seitenleiste ist schon sehr, sehr praktisch. Und da soll eben zukünftig auch die ChatGPT-Suche mit eingehen. Und das freut mich, denn ich nutze die immer wieder mal zum ein bisschen rumspielen. Was weniger Freude macht den ein oder anderen Pfennigfuchser, die immer auf den Preisen rumhacken, ist das Premium-Abo, was man sich bei ChatGPT klicken kann und was es jetzt auch für Deutschland gibt. Ich glaube für die Schweiz noch nicht, aber in Deutschland gibt es ChatGPT Plus schon. Und das kostet euch, so wer das zumindest kommuniziert, 20 Dollar pro Monat. Wenn ihr dann durch das Ganze durch seid, dann kommen noch ein paar Dollar obendrauf. Ich nehme an, Steuern und solche Geschichten. 23,80 sind es schlussendlich in Dollar, die fürs Abo fällig werden. Was bekommst du dafür? Einen allgemeinen Zugang zu ChatGPT, auch zu den Stosszeiten. Da wo es immer heisst, sorry, wir sind voll, wir können gerade nicht, melde dich hier und wir schreiben dir. Ihr bekommt schnellere Antwortzeiten und ihr kriegt schneller neue Funktionen. Also mit wem das was wert ist, investieren. Ansonsten warten. Genau, wie immer. Warten dürft ihr auch auf die nächste Geek Talk Daily Episode. Ich hoffe in... Morgen? Aber wie immer wünsche ich euch einen schönen und erfolgreichen Tag und wenn ihr mögt, gerne bis bald. Euer Pogipsi. Habt einen guten Start in die Woche. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.